Die Linksfraktion hat eben eine Entscheidung getroffen und zwar die Entscheidung, dass wir die Auflösung der Fraktion zum 6.12. dieses Jahres einleiten werden. Wir haben dazu alle notwendigen weiteren Beschlüsse gefasst. Wir haben die Liquidatoren festgelegt und wir haben das Prozedere, wie wir in diese Frage gehen, festgeschrieben. Ich kann Ihnen genauso klar und deutlich sagen, dass wir schnellstmöglich den Antrag auf Erreichung eines Gruppenstatus hier im Deutschen Bundestag stellen werden, um möglichst schnell wieder handlungsfähig zu werden. Entsprechende Gespräche werden dort geführt. Mit Sicherheit ist das heute für uns alle kein schöner Tag, aber es ist gleichzeitig die Chance für einen Aufbruch. Diesen Aufbruch wollen wir gemeinsam gehen und unsere Aufgabe als die linke Opposition im Deutschen Bundestag, auch wenn die Liquidation begonnen ist, schnellstmöglich wieder wahrnehmen. Dieser Schritt war vorbereitet. Wir haben das so, wie von Anfang an gesagt, in Ruhe und Gelassenheit und Gemeinsamkeit gemacht. Wir können jetzt mit Entschlossenheit in den Bundesparteitag gehen und werden dann in der Haushaltswoche nochmal sehr deutlich unsere Position als Linksfraktion darlegen. Und dann beginnt der Prozess, den wir alle vermeiden wollten, aber er ist nun unumgänglich geworden, weil es haben sich andere entschieden. Die tragen die Verantwortung, dass die Fraktion nicht mehr als Fraktion existiert.